Mein Mann ist erst vor einem halben Jahr gestorben und da bin ich sehr froh, dass ich hier so aufgenommen werde. Uns ist wichtig, dass wir den Blick auf die Familien und die Familiensituation haben, dass Kunden zu Hause versorgt werden können und so lange wie es geht in der Häuslichkeit verbleiben können. Dass die Patienten sich auf mich freuen, wenn ich einmal am Tag komme, das macht mir total Spaß, zu den Leuten über Land zu fahren. Es ist total schön, dass wir ganz lange und tragfähige Beziehungen zu unseren Pflegekunden aufbauen können. Wir sind viele Jahre oft in der ambulanten Pflege, in den gleichen Haushalten unterwegs. Hier gibt es selbstgekochtes Mittagessen und die Pflegerinnen sind sehr, sehr nett, machen Spiele mit uns, singen. Wir brauchen gute Arbeitszeiten für Pflegekräfte, dass sie ihr Familienleben vereinbaren können mit der Pflege- und Care-Arbeit. Also ich würde mir einen verlässlichen Dienstplan wünschen, natürlich mehr Personal für uns alle. Mit ausreichend Personal und guter Vergütung ist ambulante Pflege auch in den nächsten Jahren noch machbar.